hey lieben herzlich willkommen in meinem neuen zu hause dieses das erste video das ich hier an der ostküste von mallorca in meinem neuen reich aufnehmen darf ihr seht hinter mir ich bin noch mitten im umzug und weil mir dieses vollmond channeling einfach so am herzen liegt und es ein ritual geworden ist für mich in den letzten jahren habe ich mich mit euch jetzt hier in den garten gesetzt die erste sonne seit drei tagen die mal wieder wirklich wundervoll scheint auch wenn es noch recht frisch ist hier draußen und ich lade euch wie immer ein einfach die augen zu schließen zu lauschen vielleicht werde ich zwischendurch auch mal die fotos einblenden die ich heute morgen gemacht habe ich war leider wegen meiner erschöpfung zu spät dran heute morgen um wie sonst die kamera auf den vollmond auszurichten vielleicht beim nächsten mal jetzt also vielleicht ein paar fotos eingeblendet und ich hoffe dass ihr genießt was da an informationen kommt meistens ist es einfach unser aller urquelle in verbindung mit vollmond jetzt mit sonne mit liebe und liebe sowieso immer also genießt es und ich werde es dann ganz sanft ausklingen lassen nochmal dankeschön sagen und hoffe sehr dass ihr es mit mir zusammen genießen könnt also viel geliebte seele du wundervolles wesen dass sich hier auf der erde inkarniert hat um in dieser zeit erfahrungen zu sammeln in dieser intensiven starken zeit einer zeit die stark macht die aufruft in die eigene stärk zu gehen in die stärke deiner seele in die stärke deines seins eine zeit in der du aufgerufen wirst kreativ zu sein kreative lösungen zu finden für alles was jetzt ansteht es ist eine dichte zeit eine zeit in der vieles zusammenfließt vieles aus der alten zeit vieles aus der zukunft das sich jetzt im jetzt im moment in diesem kraftvollen moment verbindet und du entscheidest aus welcher strömung du energie aufnimmst aus der alten zeit die dich wieder zurückholen will in das was war oder ob du dich in liebe berühren lässt inspirieren lässt von dem was sein kann von all den möglichkeiten die im jetzt schon als geschenk verborgen liegen die jetzt aufblühen wollen indem du deine energie auf das längst was dir wirklich wirklich wichtig ist diese intensive zeit fordert deine kreativität heraus damit du neues erschaffen kannst du bist eine schöpferin ein schöpfer du bist hier auf erden um dich vollends zu entfalten alle seelen die jetzt inkarniert sind sind gekommen um im ursprung ihr potenzial zu leben nie war es leichter als jetzt und es braucht nur den gedanken die bereits schafft dein potenzial aus der tiefe herauf zu holen die zeitqualität das jetzt ist durchdrungen von so viel kraft nutzt du sie nimmst du sie auf setzt du sie um setzt du sie für dich ein zum wohle aller beteiligten oder folgst du den regeln der alten energie bist du offen für neues oder verharrst du im alten aus angst dich zu bewegen frage dich was dir jetzt wichtig ist frage dich was du jetzt willst was du jetzt wirklich brauchst erwecke deine kreativität die vollmond kraft hilft dir dabei und alles was jetzt kommt wird dir dabei helfen sei dir dessen einfach zutiefst gewiss atme die kraft ein die aus der zukunft strömt und auch aus der vergangenheit gibt es vieles das dich nähren kann so vieles wurde schon erreicht erforscht erfunden das im jetzt zu deinem wohlbefinden dient nicht alles was aus der vergangenheit kommt ist per se schlecht sondern du kannst für dich entscheiden ganz nach deinem eigenen wohlbefinden was du annehmen und mitnehmen möchtest in deine zukunft fühle dich im kostbarsten moment dem jetzt fühle deinen körper von kopf bis fuß spüre das schlagen deines herzens fühle dich im licht der sonne selbst wenn wolken sie auf der erde verdecken das licht und die energie der sonne ist immer immer für dich da genauso wie all die energie der erde dieses großartigen paradieses um dich herum dem paradies auf dem du selbst entscheiden kannst wo du bist wofür du dich öffnest was du loslässt annimmst und genießt es ist deine zeit und es sind so viele seelen bereit sie mit dir zu gestalten öffne dein herz für neue freundschaften für neue begegnungen von herz zu herz von seele zu seele und du wirst sie erleben öffne dein herz für die fülle und den überfluss hier auf erden und du wirst es erkennen fühlen und einladen können öffne dein herz für die göttlichen impulsen die dich tag für tag und auch in der nacht erreichen und inspirieren wollen du bist nicht allein du bist niemals allein denn du bist alles was ist du bist jede seele du bist die erde du bist alle sonnen alle planeten der kosmos fühle dich in deiner göttlichen ganzheit denn dies ist das ja in dem du das wirklich wirklich erkennen und fühlen kannst und wenn du es fühlst wird alles viel leichter sein in Liebe das eine das spricht und lauscht das jetzt und immer ist und wie immer mein tiefer Dank als Sonja Ariel an dich wir sehen uns bald wieder ciao und wie das ist Vielen Dank.